Gleich geht's los. Moralische Kommunikation mit Prof. Dr. Steffen Roth. Aber wie kommt eigentlich ein Systemtheoretiker auf den Begriff der Moral? Ich weiss es gar nicht. 11 Uhr live. Und damit ich um 10 Uhr mit Werner am Sprint 46 arbeiten kann und schauen ob Lamptus auch wieder da ist und das GZ braucht es natürlich Grundnahrungsmittel. Welcome to the Champions Big Part of Europe. Immer wieder. Diese Feedlogs sind keine Show, sondern es ist eher eine Webcam die mitläuft in Arbeitsmeetings. Die nächsten drei Themen sind jetzt Martin Besecke nächste Woche und dann Konrad Weber. Hui, ich bin spät dran. Also, das war's im Namen des Ergustau-Budens-Hauptsorgens. Morgens geht hin. Unruhe.